Das ist für dich, Santa. So, was haben wir denn da Schönes? Oh, schon wieder Kekse? Die haben bestimmt noch andere Leckereien. Pizza von Wagner? So, endlich mal was anderes. Mama, warum sitzt da ein übergewichtiger Mann in unserem Esszimmer und isst unsere Pizza? Ich bin nicht übergewichtig, dass ich alles muss gehen. Die Pizza nehme ich mit. Ho, ho, ho und danke für die Pizza.